Hallo liebe Werder-Fans, ich mache heute den Matchday Diary. Ich denke das Wochenende war sehr erfolgreich, war ein toller Sieg mit dem 2 zu 1 gegen Leverkusen. Ihr wart wieder überragend, eure Unterstützung. Mit den Fans im Rücken glaube ich ist es auch einfacher den Sieg dann einzufahren und ich glaube, dass das ein richtig geiler Sieg war. Zur kommenden Trainingswoche sind wir gut reingestartet, die Stimmung ist natürlich toll. Wir versuchen uns gut vorzubereiten für das Wochenende gegen Leipzig und wollen da natürlich wieder etwas zählbares mitnehmen. Ich persönlich fühle mich immer besser, bin schon fast da, wo ich wieder hin will nach einer schweren Anfangsphase und will natürlich wieder gute Leistungen bringen und dass wir am Wochenende ein Sieg oder ein Unentschieden zumindest etwas zählbares mitnehmen können. Ich denke, das war es dann mal. Alles Gute, ich hoffe, ihr könnt uns weiterhin unterstützen, auch am Wochenende in Leipzig. Bis dahin, euer Flo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.